Untertitelung des ZDF für funk, 2017 zwischen ihm und dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Gabriel sagte am Montag, Zitat, über die Art und Weise, wie Erdogan das macht, fühlen sich einige offensichtlich motiviert und versuchen, meine Frau zu bedrängen und zu belästigen. Dies sei ein schlimmes Ergebnis. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.